Wie man den Zustand der Bremsanlage überprüft 1. Bremsbeläge Der präziseste Indikator für den Verschleiß der Bremsbeläge ist die Dicke des Reibbelags. Miss die Dicke des Belags mit einem Messschieber und vergleiche den gemessenen Wert mit dem Wert, der im Serviceheft deines Fahrzeugs vom Autohersteller angegeben wird. Nahezu alle modernen Bremsbeläge sind mit einer mechanischen oder elektronischen Verschleißanzeige ausgestattet. Mechanische Anzeigen bestehen aus einem gekrümmten Metallstreifen, der an der Trägerplatte des Bremsbelags befestigt ist. Wenn der Reibbelag bis zu einer bestimmten Restdicke abgenutzt ist, richtet sich ein Ende des Streifens an der Oberfläche des Belags aus und berührt die Bremsscheibe, was ein Schleifgeräusch verursacht. Das Schleifgeräusch signalisiert, dass der Bremsbelag abgenutzt ist. Elektronische Anzeigen sind biegsame Metallsonden, die elektrisch mit der Bremswarnleuchte auf dem Armaturenbrett verbunden sind. Wenn der Belag eine bestimmte Restdicke erreicht, schließen sich die elektrischen Kontakte der elektronischen Bauteile und die Warnleuchte auf dem Armaturenbrett leuchtet auf. Es gibt zwei Arten von elektronischen Verschleißanzeigen. Extern, in einer speziellen Aussparung auf der metallenen Trägerplatte des Bremsbelags angebracht. Diese Art von Sensor ist abnehmbar und kann bei neuen Bremsbelägen wieder angebracht werden. Integriert Diese Anzeigen sind im Bremsbelag integriert und werden immer zusammen mit dem Bremsbelag ausgetauscht. Viele Hersteller empfehlen sogar, die externen elektronischen Sensoren gleichzeitig mit den Bremsbelägen auszutauschen. Zweitens, Bremsscheiben Um den Verschleiß einer Bremsscheibe zu überprüfen, wird das Rad entfernt und die Dicke der Scheibe mit einem Messschieber gemessen. Die Messungen werden dann mit den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers abgeglichen. Sobald der Abnutzungsgrad kritisch wird, müssen die Teile ausgetauscht werden. Zudem ist es wichtig, das Teil einer Sichtprüfung zu unterziehen. Verformungen, Risse, Absplitterungen, Rillen und Gratbildung an den Rändern sind alles Gründe für einen dringenden Austausch. Drittens, Bremssättel Entferne im Rahmen der Bremssattelüberprüfung den Bremssattel vom Achsschenkel. Entnehme die Bremsbeläge und überprüfe sie. Eine ungleichmäßige Abnutzung des Reibbelags ist ein Zeichen für einen defekten Bremssattelkolben oder Führungsbolzen. Überprüfe beim Ausbau den Verschleißgrad der Dichtungen und Metallkomponenten. Bei erheblichen Anzeichen von Verschleiß, Verformung oder Korrosionen der Kolben und oder Führungsbolzen müssen diese Komponenten ersetzt werden. Ein Bremssattel-Reparatursatz enthält üblicherweise alle Teile, die man benötigt. Wenn die Bauteile funktionstüchtig sind, entferne jegliche Verschmutzungen und trage ein spezielles Schmierfett auf die Oberfläche auf. Beachte bitte, eine regelmäßige Überprüfung der Bremssattel ist hilfreich, um Reparaturen an dieser Baugruppe zu vermeiden und die Wartungsarbeiten auf den Austausch von Staubmanschetten oder Dichtungen zu beschränken. 4. Bremsschläuche Untersuche die Bremsschläuche sorgfältig auf Risse, Sprünge, Brüche und Beulen. Ein defekter Schlauch kann zum Austreten von Bremsflüssigkeit und zum Ausfall der Bremsanlage führen. Der beschädigte Schlauch muss so schnell wie möglich ausgetauscht werden, damit keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Nach dem Einbau der Bremsflüssigkeit des neuen Schlauchs muss die Bremsanlage des Fahrzeugs gemäß der Reparaturanleitung entlüftet werden. 5. Bremsflüssigkeit Öffne die Motorhaube und schraube den Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters ab. Der Behälter ist mit Markierungen versehen, die den Mindest- und Höchstfüllstand der Bremsflüssigkeit angeben. Überprüfe, ob der Flüssigkeitsstand innerhalb der angegebenen Grenzen liegt. Achte darauf, wie die Bremsflüssigkeit aussieht. Sie sollte klar, geschmeidig und frei von Rückständen sein. Achte dabei auch darauf, dass die Bremsflüssigkeit nicht verbrannt riecht. Wenn du siehst, dass der Zustand der Flüssigkeit einwandfrei ist, der Füllstand aber knapp unter dem Minimum liegt, dann fülle sie nach. Achtung! Es sollte ausschließlich die gleiche Art von Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Nähere Informationen zu den Spezifikationen der Bremsflüssigkeit findet man im Fahrzeughandbuch. Stelle sicher, dass du auch den Siedepunkt und den Feuchtigkeitsgehalt der Bremsflüssigkeit misst. Verwende dazu ein spezielles Werkzeug, einen Bremsflüssigkeitstester. 6. Bremslichter Wenn die Bremslichter beim Betätigen des Bremspedals nicht aktiviert werden, sollte man zunächst überprüfen, ob die Sicherungen in Ordnung sind. Zugriff auf den Sicherungskasten bekommt man unter dem Lenkrad und im Motorraum. Finde die Sicherungen, die für die Bremslichter zuständig sind. Ziehe sie heraus und überprüfe, ob sie durchgebrannt sind. Baue gegebenenfalls neue Sicherungen ein. Überprüfe als nächstes, ob die Glühlampen in den Rücklichtern ordentlich funktionieren. Dazu musst du möglicherweise den Kofferraum öffnen und die Rücklichter entfernen. Unterziehe die Glühlampen einer Sichtprüfung, um festzustellen, ob der Glühdraht beschädigt ist. Wenn die Glühlampe intakt ist, solltest du sie mit einem Multimeter überprüfen oder durch eine ähnliche neue Lampe ersetzen. Überprüfe den Bremslichtschalter, falls die Glühlampen funktionieren. Ein Defekt am Lichtschalter kann durch Oxidation, Korrosion oder Verbrennung der Kontakte verursacht werden. In einem solchen Fall ist es notwendig, das Teil auszubauen und die Kontakte zu reinigen. Wenn eine Reinigung nicht hilft, muss der Lichtschalter möglicherweise ausgetauscht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017